Fantastisch! Ähm, ihr habt gerade vielleicht schon ganz kurz aufs Deck geguckt, ganz interessantes Ding, ich dachte mir, was macht der Typ denn jetzt? Als erstes ballert er mir eine Rakete auf den Turm, da dachte ich nur, okay, wie lange willst du das jetzt durchziehen, bis du damit auch noch gewinnst, weil ich wusste nicht, was er sonst noch so hat, hätte ja sein können, dass er jetzt nur Hüttendecks ballert und immer mit der Rakete auf den Turm schießt, hätte ja sein können, das ist sogar eine Sache, wo man theoretisch mit gewinnen kann. Ich hab dann einfach mal angefangen mit Schweinereiter, Pfeile und Prinzessin und es lief und in dem Fall hat er jetzt noch den Hauptturm gesappt und dann dachte ich mir schon, okay, ich glaub der trollt, der trollt mich einfach nur, der Typ hat noch die Pfeile auf den Hauptturm geschmissen, ähm, Tornado auf die Prinzessin, auf die Elite-Barbaren, dann noch ein bisschen weiter gemacht, hat auch noch Wutzauber auf meinen Elite-Barbaren geworfen, das bringt ihm natürlich irgendwie nicht so richtig, was hat ihn nochmal gespiegelt auf meinen Turm, vielleicht war es auch jemand, der einfach gar nicht wusste, der vielleicht zum allerersten mal gespielt hat oder so, und nicht wusste, wie das Spiel funktioniert, worauf es ankommt, kann natürlich auch sein, wie gesagt, ich will nicht unbedingt unterstellen, dass es jemand ist, der getrollt hat, es kann ja einfach nur jemand sein, der einfach mal jemand anderes hat spielen lassen, der aber zum allerersten Mal dieses Spiel spielt und natürlich überhaupt nicht weiß, worum es geht oder keine Ahnung was, oder der Typ hat seinen Kollegen getrollt und ihm dieses Deck gegeben und der wusste nicht, was er machen muss, wie auch immer, auf jeden Fall recht interessant fand ich das so, da hatte ich dann halt natürlich gewonnen, das war natürlich nicht so kompliziert, ähm, und dann gab es dieses Spiel hier, das war auch irgendwie komisch, also, was heißt komisch, wir lassen es einfach mal laufen, es kam mir hinterher so ein bisschen so vor, als wäre da auch irgendwie alles ein bisschen verwirrt gelaufen, er war schon vorher am rumspammen, danke, gutes Spiel, keine Ahnung was, ups, gutes Spiel, ja, ich weiß nicht, hat dann auch nichts gemacht, einfach, hat mich einfach gewinnen lassen, und ich dachte mir nur, warum machst du das, Junge, warum machst du das, und jetzt irgendwann gleich hat er nämlich angefangen, doch was zu setzen, ich weiß nicht, ob der auch irgendwie eine Challenge hatte, dass er erst ab einer gewissen Zeit was setzen darf oder so, weil ich dachte schon, hä, hat er mich jetzt verarscht, und er schreibt die ganze Zeit, gutes Spiel, gutes Spiel, gutes Spiel, und ich dachte nur, hä, was willst du, Kollege, ne, so echt so zwei Spiele nacheinander, wo du es quasi geschenkt bekommst, weil die Leute einfach, weiß ich nicht, verwirrt sind, und, äh, keine Ahnung, einfach nur, ne, so völlig, völlig dusselig, und hier war das das Gleiche, hier hat er auch, der Typ hier genauso, der hat mir unentschieden gespielt, der hat einfach ständig alles gespiegelt, können wir uns auch nochmal reinziehen, ich weiß, es sind jetzt gerade Wiederholungen, wir werden auch gleich noch einen richtigen Kampf sehen, die Wiederholungen gehen ja schnell, aber es war einfach so seltsam manchmal, so, da kam er jedes Mal an mit seinem Goblin Barrel, das müsst ihr gleich mal gucken, jetzt hat er es sofort gespiegelt, nochmal hingeschmissen, ähm, ja, müsst ihr das echt mal beobachten, wie der gespielt hat, das war auch, das waren echt drei der seltsamsten, äh, was heißt der seltsamsten Spiele, der eine ist ja einfach nur rausgegangen und hat ein bisschen gespielt, aber drei so verwirrte Spiele nacheinander, quasi dreimal wurde man irgendwie, ich weiß nicht, getrollt, kann man das ja hier auch nicht nennen, aber irgendwie schon, irgendwie war es dreimal Trollen nacheinander, naja, nicht auch nicht dreimal Trollen nacheinander, aber, naja, ist auch egal, auf jeden Fall wurde ich da von dem ersten und zweiten so ein bisschen getrollt, beziehungsweise von ihm hier, ich, da, ganz ehrlich, am meisten getrollt kam ich mir eigentlich von ihm hier vor, mit dem Scheiß ewig die Karten zu spiegeln und keine Ahnung was, da dachte ich mir auch, ey Junge, was hast du nur, aber generell, klar, wenn es funktioniert, wenn er damit Erfolg hat, warum nicht, ne, warum nicht, ich dachte mir echt nur, Alter, warum musst du, warum trollst du mich so, aber, wie gesagt, ich hatte echt Schiss, ja, da kam natürlich die Elite, die Skelettarmee, ich hatte aber die Pfeile einen Ticken zu spät, deswegen sind die noch so ein bisschen in die Skelettarmee reingerannt, die Elite-Barbaren, aber generell hatte ich irgendwie momentan Schiss, dass ich verliere, weil er mich einfach so genervt hat, aber ich hab ihn dann irgendwann mal ausgetrickst mit den Pfeilen, das wusste ich dann irgendwann, dass da die Skelettarmee kommt, dann hatte ich ihn und, ähm, ja, jetzt lief es natürlich noch durch und, ähm, hab dann mal mit den Elite-Barbaren noch ein bisschen versucht, ich kam auch nicht richtig durch, weil er auch viel kontern konnte, natürlich mit der Skelettarmee und der Lakaienhorde, ist er natürlich gegen Schweinereiter und, ähm, Elite-Barbaren ganz gut aufgehoben gewesen, deswegen war ich dann am Ende froh, dass er schon mal noch 1 zu 1 stand, wie gesagt, er konnte ja immer irgendwas setzen, plus ich musste halt ständig zusehen, dass er mir nicht alle 5 Minuten so scheiß Kobold fast da um die Ohren schmeißt, weil das halt hier ständig gespiegelt hat, ne, das war also echt ein sehr, sehr, sehr verwehrtes Spiel und ich kam schon sehr verarscht vor von dem Typen, ähm, aber gut, ich hatte halt das Schwein, dass ich da die Sachen auch kontern konnte, ich kann mir vorstellen, wenn man nicht die Pfeile unter den Zap hat, dass das sehr, sehr kritisch wird, gegen diesen Typen zu spielen, weil er ballert dich so mit dem Kobold fast zu und mit einem anderen Scheiß, dass du da echt aufpassen musst, dass du da nicht verlierst, aber gut, so, soviel erstmal dazu, soviel erstmal dazu, das war ja schon mal Punkt 1, so und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach noch ein normales Spiel und dann gucken wir, was uns, ah, ne, wir können noch die Goldtruhe aufmachen, so, und dann können wir mal gucken, was uns erwartet, ich kann wieder den Namen nicht lesen, ich kann wieder mal den Namen nicht entziffern, ähm, aber gut, wir fangen mal langsam an, so, mal gucken, da kommen auch Bogies, also bis jetzt noch alles gleich, ich würde aber jetzt mal die Prinzessin zu helfen, er nimmt da schon die Elite-Barbaren, die splitten sich auf, das wäre jetzt mal zu überlegen, ob wir das auch tun Ah, jetzt rennen die da hin, okay, brauchen wir hier die, gut, jetzt haben wir seinen rübergezogen, seine, ähm, Friedhof wird nicht viel reißen, wir setzen schon mal den Schweinereiter, um da gegebenenfalls abzulenken, weil unsere Elite-Barbaren jetzt ja auch auf der Seite sind, ne? Ah, guck, Schweinereiter kommt schon mal durch, aber Elite-Barbaren geht auf den Eisgolem, die Lakaien sind down, aber wir haben sein Türmchen schon mal halbwegs angefuttert, sag ich mal, so, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie in die Mitte kommen, sag ich mal, oder so, dass wir den, ja, nicht wir in die Mitte kommen, sondern dass wir den, äh, Megalakaien in die Mitte bekommen, und das hat aber auch funktioniert, so, links wird down sein, rechts kriegt zwei Schüsse, ja, das passte schon mal, und dann wollen wir mal abwarten, jetzt kommen da wieder Bogies, jetzt werden wir schon wieder die Elite-Barbaren sich aufsplitten bei ihm, oder? Kommt noch was? Ne, jetzt erst nicht, dann kommt diesmal kommen, äh, kommt der Ofen, aber den kriegen wir mit dem Elektromagier noch abgezogen, links der Bogie kriegt einen Schuss, ist aber egal, und dann können wir mal schauen, wie wir weitermachen, können sie ja mal setzen, machen es mal so, falls da was kommt, äh, kommen die Elite-Barbaren von ihm, aber die kriegen dann so Pfeile und Zapp, und dann sind die meistens, wenn die Level 9 sind, natürlich relativ schnell down, ich weiß, bevor sich jetzt wieder einer beschwert, die sind ja viel schlechter als deine, ja, kann ich jetzt auch nichts für, ist halt so, so, hm, mal schauen, das Problem ist, dadurch, dass er jetzt wieder den Ofen hat, und so ein bisschen kontern kann, haben wir natürlich wieder das Problem, müssen immer wieder durchkommen, und so ein paar Nadelstiche setzen, aber jetzt dürften das theoretisch für den Schweinereiter erstmal reichen, weil die Bogies natürlich gegen den Schweinereiter nicht sonderlich mächtig sind, sag ich mal, hier können wir jetzt im Gegenzug auch zusehen, dass wir die Elite-Barbaren setzen, und dann müsste das mit Hilfe vom Turm auch passen, so, ähm, der Ofen wird jetzt auch den Geist aufgeben, und wir können uns eigentlich ganz gespannt hier hinten, entspannt hier hinten, ein bisschen zurückziehen, um den Friedhof zu kümmern, passiert da jetzt nicht mehr so viel, nehme ich an, 15 Sekunden noch, können wir das Elixier ganz entspannt vorlaufen lassen, und brauchen gar nichts mehr machen, am Ende doch die, äh, mal setzen wir mal noch, die Bogies kommen, ist egal, hier, und zack, und dann sind wir durch für heute, ich hab nämlich auch einen Termin gleich, deswegen heute eine etwas abgekürzte Folge, noch ein paar Minuten kürzer als sonst, ich muss nämlich jetzt sofort weiter, während es rendert, und dann muss ich das irgendwie noch hochladen, so, also, wir sehen uns morgen wieder, bis dahin, macht's gut, und tschüss.